Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Witcher 1. In der letzten Folge haben wir, sind wir dem, äh, scheinbar der wilden Gehaft, okay. Wir machen ganz schön viel Schein mit unserem Silberschwert, äh, mit dem Stahlschwert meine ich. Ähm, ja, wir haben in der letzten Folge, ich will nicht mit dir reden, wir haben in der letzten Folge, äh, ja, einen Suge getötet, haben uns mit dem Großmeister unterhalten und der hat uns in diese, äh, Vision hier geschickt. Und wir begegnen hier allerlei Menschen, Triss haben wir schon gefunden, Abigail haben wir gefunden und jetzt kommt der König der wilden Gehaft. Was willst du denn von uns? Ihr könnt es nicht aufhalten! Der Tod folgt euch nach! Seine Stimme klingt stark nach Deved. So, und dann haben wir das Schwert. Mal ein Kampfstil. Und weg mit den Füchern. So. Oh, nochmal ein Level ab. Ich glaube wir können uns sogar nochmal ausruhen, bevor wir nachher den letzten Bossfight haben. Ich hoffe es zumindest. Ja, Reila, du auch noch. Ihr habt mich getötet und doch freue ich mich, euch zu sehen. Es gibt Schlimmeres, als im Kampf zu sterben. Ich weiß. Ich wurde nicht Soldatin, um im Bett zu sterben. Unsere Bande sind stärker als der Tod. Ich werde an eurer Seite kämpfen. Zieht euer Schwert. Es wird langsam interessant. Ja, haben wir nochmal einen weiteren Mitstreiter bekommen. Das wäre nett. Das ist praktisch. Okay. Ist auch doch Silberschwert gegen die... Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, welches von den beiden Schwertern das effektivere ist. Aber es scheint wirklich das Silberschwert zu sein. Bist du, Triss, in Ruhe? Pfoten weg. Meine Freundin. So. Was hast du davon? So, einer habe ich da hinten noch gesehen. Es sind sogar noch zwei. Interessant, dass Reila uns hilft. Das hatte ich beim letzten Mal zum Beispiel nicht. Ich weiß gar nicht, was ich noch hatte. Also ich weiß, dass Triss und Abigail aufgetaucht sind. Und nachher wird auch noch Alvin auftauchen. Aber... Sonst... Weiß ich gerade nichts mehr. Könnte der dann mal aufhören wegzurennen. Dankeschön. Dann kommt so eine Erscheinung. Platsch. Voll aufs Maul gelegt. Ich weiß nicht, irgendwie haben die so ein bisschen was von einer Kreuzung aus einem Menschen, einem Bären und einem Gorilla. So, vom Gesicht her ist es eine Kreuzung aus Mensch und Bär und vom Körperbau her von einem Gorilla. Ich glaube, das trifft es doch ganz gut. Entweder wartet der Großmeister schon wieder. Warte, hast du diesmal zu erzählen. Versteht ihr jetzt endlich, begriffsstutziger Hexer? Die Menschheit stirbt aus und die wenigen Verbliebenen werden zu Tieren. Mein Plan würde das verhindern. Was für ein Plan, verdammt. Die Menschen können die Kälte nur durch einen Massenexodus nach Süden überlegen. Mit euch als Anführer. Ich bin darauf vorbereitet. Ich sehe die Zukunft. Ich verlange Respekt und ich würde weise herrschen. Natürlich musste ich alle beseitigen, die mir im Weg standen. Besonders Anderlinge. Warum seid ihr so besessen von den anderen Völkern? Geralt, sie sind verdammt unterzugehen. Ich gab ihnen die Chance, im Kampf zu sterben. Die Menschheit ist auch nur eine vorübergehende Erscheinung. Doch im Gegensatz zu den Elfen hinterlassen wir nicht viel. Wir verschwinden nicht. Nicht bei den Wächtern, die ich geschaffen habe. Ihr werdet sehen, wie gut sie unter diesen Umständen zurechtkommen. Naja, gut, kommen jetzt gleich ein paar große Brüder und andere Mutanten, ja. Der will also alle Menschen in Mutanten verwandeln. Das ist auf jeden Fall die Lösung für sämtliche Probleme dieser Wette. Mehr Mutanten. Ich meine, so ein X-Men-Pack wäre ganz lustig, glaube ich. So, ja, wie gesagt, jetzt kommen noch ein paar Mutanten. Gut, dass wir so viel Schaden mit diesem scheiß Zauberschild austeilen. Hast du gut gecastet, Triss. Finde ich gut. Es ist aber nicht mehr weit bis zur Spitze. Und wie gesagt, ich hoffe, davor ist noch ein Lagerfeuer. Ich glaube aber, da ist noch eins. Hm, Jägen, du kommst auch noch. Was willst du denn? Wir hätten dem Wahnsinn des Großmeisters Einhalt gebieten können. Aber ihr musstet uns ja aufhalten. Ihr hattet euch auf Mord und Terrorismus verlegt. Das ist keine Alternative. Und doch hatten wir recht. Menschen sind nichts als blutrünstige Affen. Das wird hier nur allzu deutlich. Ihr seid dem Orden blind gefolgt. Und erhebt jetzt euer Schwert gegen ihn. Wie ein Hund, der die Hand beißt, die ihn füttert. Denn genau das seid ihr. Kein Wolf. Sondern ein tollwütiger Hund. Eine hirnlose Tötungsmaschine. Ein Niemand. Es reicht, Jägen. Und jetzt töte ich euch wie einen Hund. Das hast du schon mal versucht. Befreit die Elfen! Oh, die anderen kamst du dir heute. Danke. Was ist dir? Triss in Ruhe. Hallo? Die Finger weg von meiner Freundin. Dass die noch atmet. Und Triss aufstehen. Ich wollte gerade sagen. Triss. Alles gut. Mal Möchler-Mutanten. Gehen wir aus dem Weg. Dankeschön. Triss, lass mich vorgehen. Ich halte ein bisschen mehr aus. Ja, und da ist Alvin. Wie ich gesagt hatte. Seht, Alvin! Das ist nur eine Illusion, Triss. Hm. Er hat jetzt nichts gesagt. Ach, Großmeister. Gehen wir nicht auf den Keks. Komm. Eine Station noch, dann machen wir dich fertig. Wie störrisch ihr seid. Ihr könntet meine Schäfchen in den ersten Jahren des Winters hüten. Das ist nicht euer Ernst. Ihr habt unsere Geheimnisse aus Kaer Morhen gestohlen und habt sie mit den übelsten Absichten verwendet. Ich brauchte Hexer. Aber ich wusste, dass das Geheimnis der Mutation verloren ist. Ihr Hexer habt alles gehabt. Nur keinen Mut und keine Vision. Ich habe nur getan, was ihr euch im Herzen gewünscht habt. Ihr habt sie genommen, als gehörten sie euch. Ihr seid ein Dieb und ein Heuchler. Könnt ihr den goldenen Pfad meiner Träume nicht sehen? Meine Ritter werden ihn euch in der Sprache erklären, die ihr versteht. Bla, bla, bla. Ah, noch ein paar Heuchlermutanten. Hatte gedacht, dass kommen noch ein paar große Brüder. Kommen wahrscheinlich auch letztlich. Hier halt zuschlagen. So. Jetzt haben die Triss schon jung gehauen. Könntet ihr das einfach mal sein lassen? Na gut, sie zog noch. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ah, da kommt sie auch schon wieder. Sehr schön. Hatter, du auch noch. Seht, Geralt. Menschen. Ungeheuer. Es ist leicht, sie zu verwechseln. Wie war euer Hoheit? Ich muss es wissen, meint ihr nicht? Der Großmeister ist eindeutig verrückt. Nicht einmal ich würde es wagen, so einen Plan zu verfolgen. Wir müssen ihn aufhalten. Herrin, euer Wunsch ist mir Befehl. Ihr habt Stil. Eine seltene Eigenschaft. Ich würde gerne an eurer Seite kämpfen. Seht es als eine meiner Launen. Okay. Na, wenn das Ding mal nicht einbricht. Soviel zum Thema Adam-Tritz. Ah, ne, die kommen. Oh, okay. Doch, ein paar Wauserwolle. Na gut. Können wir uns hier erstmal um die kleinen Typen. So, können wir uns um den, der sich gerade am Miet hat. Keine Ahnung. Geralt hat da seinen eigenen Kopf. Ah, toll. Mitten in der Kombo-Unterwoche. Toll. Der Typ wäre tot gewesen. Jetzt haben wir jetzt schon wieder Triss und haben wir. Könntet ihr damit einfach mal aufhören? Gut, dass Triss hier nicht sterben kann. Was hat mich denn jetzt... Hä? Was hat mich denn jetzt gelähmt? So. So, den noch. Wo auch immer die so komische Stahlflügel sind. Ah, ihr seid trotzdem keine Flügelhusaren. Ähm. Hat er das gerade runtergefallen? Hat er? Hm. Oh, da ist scheinbar einfach runtergefallen. Ah, okay. So können wir uns also einfach nochmal ausrüsten. Äh, ausruhen. Ich würde den schnellen Stahl nochmal nehmen. So. Äh, das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Und dann können wir uns jetzt dem Großmeister stellen. Endlich. Endlich. In Folge 75. Halleluja. Ich hätte echt... Ich wusste, dass das Spiel nicht so kurz sein wird. Aber ich hätte eher so mit 50 bis 60 Folgen gerechnet. Nicht mit 75. Ich meine, das sind ziemlich viele Wochen. Wie heißt ihr jetzt, dass es um jeden Preis gehandelt werden muss? Komm uns. Gehreit, öffnet die Augen. Öffnet euren Geist. Leute, wie euch behandelt man im Krankenhaus des heiligen Majoran. Ihr verfolgt mich und beweist damit, dass ich recht habe. Ihr habt euch den Gefahren gestellt, die der Menschheit drohen und überlebt. Jacques der Aldersberg. Euer Traum ist ausgeträumt. Geduld. Vielleicht überlegt ihr es euch noch anders. Stellt euch Tausende vor, die eine Eiswüste durchqueren. Könntet ihr sie verteidigen? Ihr und eine Handvoll von Zweifeln geplagter Hexer, so wie Berengar? Unmöglich. Das können nur die großen Brüder. Aber sie müssen unterrichtet und geführt werden. Sie brauchen euch. Ähm. Ich habe auch ein Angebot. Kapituliert. Zieht eure Mutanten zurück. Beugt euer Haupt vor dem König. So rettet ihr vielen das Leben. Wie zuversichtlich ihr wirkt. Auf euch wartet eine schmerzliche Lektion. Ja. Na dann. Lassen wir das Schwert sprechen. Wenn er es nicht anlassen möchte. Und noch so ein paar Mutanten. Pfff. So. Dieses Schwert. Dieser Kampfstil. Und. Wir haben aufgeräumt. Das ging schnell. Jetzt hat er sich schon wieder so ein paar Ifriten beschworen. Na. Muss das denn sein? Na komm. Konzentrieren wir uns halt einfach auf den Großmeister. Ich glaube die Oben des Feuers sind auch eher dazu da. Das Kampfgebiet einzugrenzen. Ja. Oder auch nicht. Dann gehen wir halt so vor. Dann prübeln wir wenigstens zumindest zwischendurch noch auf das. Auf den Ifriten mit ein. Und ja. Ich werde die auch weiterhin Ifriten nennen. Einfach weil die als Ifrit vorgestellt wurde. Scheiß auf oben des Feuers. Der Großmeister halt einfach gar nichts mehr macht. Ach guck mal. Der König der Willen jagt. Warum hilfst du uns? So sehen wir uns wieder, Wolf. Habt ihr euer Schicksal erfüllt? Die Salamandra sterben. Sie gehören bald der Vergangenheit an. Die Salamandra sind bedeutungslos. Sie waren nur ein Teilchen des Chaos. Das Werkzeug des Mannes, den ihr eben getötet habt. Eure Vergangenheit. Euer Schicksal. Die Gründe für eure Auferstehung. Alles bleibt im Dunkel. Worte, Worte, Worte. Ihr habt sie stets wohl eingesetzt, um Unsicherheit und Angst zu kaschieren. Ich habe einst versprochen, ich würde euch folgen. Das ist alles nur Geschwätz, Geist. Ich komme wegen der Seele des Mannes, den ihr getötet habt. Nicht so schnell. Besinnt euch eurer Taten, Hexer. Ich stand in eurer Nähe, als ihr in Kaer Morhen eintraft. Ein Omen des Untergangs. Ich sah mit an, wie ihr die Dörfler des Umlands gerichtet und nur Blut und Feuer hinterlassen habt. Ihr habt Raimund den Tod und Scharni in Gefahr gebracht, weil ihr nur eure Ziele verfolgtet. Das Chaos folgt euch auf dem Fuß. Ihr habt Dutzende mit eurem Hexerschwert abgeschlachtet. Ihr habt mitgeholfen, die fanatische Herrschaft des Ordens zu festigen. Ihr habt Visima dem Chaos überlassen, nur um Zerstörung über Trübwasser zu bringen. Jede eurer Entscheidungen brachte neue Verwüstung. Jede Wahl, die ihr getroffen habt, führte zu noch mehr Bösem. Der Orden, dem ihr die Macht übergeben habt, will alle auslösen, die nicht völlig menschlich sind. Was sagt ihr dazu, Mutant? Hört auf! Leugnet es nicht, Hexer. Ihr seid mein größter Recke. Ein vollkommenes Instrument der Zerstörung. Wohin ihr auch geht, folgen euch Tod und Chaos. Genau wie es schon vor Jahren war. Akzeptiert es! Kämpft nicht dagegen an! Überlasst mir noch einen weiteren Mann, den ihr vernichtet habt. Jacques de Aldersberg gehört mir. Ihr wagt es mir zu trotzen? Ich spüre eure Schwäche. Jetzt, wo das Leben aus euren Wunden ringt. Mit jedem Tropfen rückt der Tod näher. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ergebt euch mir! Niemals. Das ist etwas zwischen ihm und mir. Ihr wollt ihn doch sowieso töten! Stimmt. Aber aus meinen Gründen. Und die gehen euch nichts an. Geht, solange ihr noch könnt. Geht, bevor es zu spät ist. Ihr wollt gegen mich kämpfen? So sei es! Eure Flucht vor dem Tod endet ihr! Zieht euer Schwert! Ich hatte schon befürchtet, ihr würdet Schach vorschlagen. Aber da halte ich nichts gegen ihn einzuwenden. Ja, jetzt dürfen wir mal den König Devil in Jagd ein bisschen verprügeln. Allerdings können wir ihn so gesehen nicht vollends besiegen. Sonst gäbe es keinen dritten Teil. Ich meine, der dritte Teil heißt nicht auch sonst Wild Hunt. Nö. So, jetzt komm. Geh endlich drauf. Lass deine komischen Erscheinungen aus dem Spiel. Die können mir auch nichts. Und weil ich die ganze Zeit nur im Gruppenkampfstil auf dich einprügel. Sag mal vor, dass ich die anderen Kampfstile nicht benutze. Jetzt wärst du noch schneller weg. Jetzt bist du selber schuld. Das ist jetzt mal... Ich hab irgendwie das Gefühl, dass der nicht wirklich Leben verliert gerade. Hier hab ich... Okay, der verliert doch Leben. Können wir das? Oh, der könnte mir sogar mit einem schweren Kampfstil angreifen. Praktisch. So. Vergiss, dass ich noch ein zweites Schwert habe. Dieses Schwert ist für Ungeheuer gedacht. Das stimmt. Und ein Ungeheuer haben wir damit erledigt. Und ein Ungeheuer haben wir damit erledigt. Ihr seid wach, Geralt. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Rittersporn. Wo ist der Großmeister? Ein paar Schritte entfernt. Er ist tot. Für einen Moment hatte ich befürchtet, ihr werdet ebenfalls verloren. Es war kein erholsames Schläfchen. War ich lange weg. Nun, ihr habt einiges verpasst. Die Rebellion wurde niedergeschlagen und Volltest herrscht wieder in der Stadt. Mit Unterstützung des Ordens. Wie geht es Siegfried? Vor einer Sekunde war er noch hier. Er hat auf euch aufgepasst, bis ich eingetroffen bin. Dann hat die Pflicht gerufen. Ich frage mich, wie er als Großmeister zurechtkommt. Gut, hoffe ich. Was ist mit euch? Hattet ihr Erfolg? Ja. Ich nehme Jacques das letzte Element ab und schließe dieses Kapitel. Jep. Das tun wir jetzt mal. Aus Kermorhen gestohlene Geheimnisse und ein Dimeritum-Amulett. Etwas endet, etwas anderes beginnt. Tja, das ist... Also, habt ihr euch alles zurückgeholt? Wisst ihr, was ich beim Großmeister gefunden habe? Einen Dimeritum-Anhänger. Ist es der, den ihr Alvin gegeben habt? Ich weiß es nicht. Er sieht ähnlich aus, aber älter. Er muss ihn jahrelang unter seiner Rüstung getragen haben. Vielleicht ist er ein Andenken. Möglicherweise hat er damit feindliche Magie abgewehrt. Oder er hatte es bei sich, um angeborene Fähigkeiten zu kontrollieren. Unbarmherzige Visionen. Das werden wir wohl nie erfahren. Es ist auch nicht wichtig. Jacques der Aldersberg, wenn das sein wahrer Name war, ist tot. Ende der Geschichte. Was jetzt, Geralt? Was meint ihr? Kommt schon. Ihr habt das Gestohlene wiederbeschafft und die bestraft, die euch verletzt haben. Ihr habt politische Spielchen gespielt und Verschwörungen aufgedeckt. Ihr habt geliebt, ihr habt getötet. Ihr habt einen langen Weg hinter euch, Geralt. Was gedenkt ihr jetzt zu tun? Ähm... Ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht abgedroschen klingen, aber wie immer seid ihr ein Blatt, das der Wind umherweht. Auf einer nie endenden Reise, auf der Suche nach Sinn und Bedeutung. Genug der Philosophie, Rittersporn. Ich habe getan, was ich tun musste. Und jetzt mache ich mich wieder auf den Weg. Was soll ich noch sagen? Viel Glück, Hexer. Wir sehen uns wieder. Der König drückte ein Auge zu, was die Verfehlungen des Ordens der Flammenrose anging. Der neue Großmeister Siegfried von Denesle reformierte den Orden und konsolidierte seine Macht. Die Zauberinnen hingegen konnten ihre Macht an König Volthests Hof nicht stärken. Der König bestrafte diejenigen, die während seiner Abwesenheit gegen ihn intrigiert hatten. Neue Vermögen wurden in den Ruinen gemacht. Manche gewannen, manche verloren. Das ist der Lauf der Welt. Nur wenige wussten, was in jenen Tagen in Vysima wirklich geschehen war. Das waren jene, die das Schicksal mit Geralt von Riva zusammengeführt hatten. Doch sie beschlossen zu schweigen. Und was geschah mit dem Hexer? Das ist wieder eine andere Geschichte. Oh ja, das ist eine andere Geschichte. Nicht einschlafen. Nehmt einen Prallenbeutel Gott für eure Müden. Euer Hoheit. Meister. 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 Ah! Meister. Es geht mir06. Ich hoffe, die Leute, die haben ein bisschen schwer, Respekt. Hätte ich den Kampf gegen einen extra behaupten können, Respekt, das kann auch nicht jeder. Tja, hier rein kämpft zwar nicht immer mit sauberen Mitteln, aber er kämpft effektiv. Und das, meine Freunde, war der Anfang, beziehungsweise war der Teaser für den zweiten Teil, The Witcher 2 Assassin of Kings. Und damit machen wir nächsten Montag weiter. Bis dahin, hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao.